Was steht das mal da drauf, drücken wir das? Ich denke so. Ich kann doch Fotos machen. Oder auch nicht, aber hier kann man Fotos machen. Da kann man Fotos machen. Ich will nicht mit Nadine auf ein Bild sehen. Alter, du bist mal zu sparen. Wir brauchen ein Bild für sich alleine, weil der so breit ist. Ich nehme da aus dem Bildschirm rein. Dein Rücken auch. Okay. Jetzt geht's gut. Jetzt stehlen wir das Geld. Ich bin schon so voll schmerzend. Looking good today. Hallo. Nicht. 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 Wollen wir mal vorlesen was da steht, was da steht? Liebe Besucher, bitte gewähren Sie Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern den Vorrang. Was willst du? Hallo. Hallo sagen? Ja. Sag Hallo. Hallo. Ja. Ich halte, ich halte. War gut für Sie. Mama. Hallo. Was willst du holen? Wir sind im Xenox. Das ist doch nur diese Dings. Oder? Ist es nur der Bezug? Nein. Ich habe so eine kleine Fernflasche eigentlich. Bei mir passt es. Bei mir passt es. Ich muss Nadine immer mitnehmen, wenn ich vlogge, weil das ist einfacher, sie kann dann in den Kinderwagen schieben. Was? Ich habe gesagt, ich muss dich immer mitnehmen, wenn ich vlogge, weil dann kannst du den Kinderwagen schieben, während ich vlogge. das ist ja auch so. Aber so sieht die ohne Spaß wie ein anderer Mensch aus. Mit Zopf statt dort. Wie ein normaler Mensch. Nicht wie so ein Kind von der Straße. Das mit dem Kinderwagen müssen wir nochmal üben. Das mit dem Kinderwagen müssen wir nochmal üben. Das mit dem Kinderwagen müssen wir nochmal üben. Diese Ogi. Sie stellt Maxi noch so. Ogi. Das mit dem Kinderwagen ist sehr gut! Ey Schatz, der Klodeckel den ich bei Care holen will. Was viel der kostet? 40 Euro. Natürlich, du nöbe. Das kostet Geld. Das braucht ein Sportmann zu tun. Denkt sich selber alle Vloggen. Alle übernimmt meinen Kanal. Mama. Mama! Mama! Mama, komm mal! Ich habe mir überlegt, ob ich so Spikes vorne an meinen Kinderwagen mache für die Leute, die keinen Platz machen. Aber Tanja? Ja. Wir sind alle auf dem Bild, eine halbe Zeit auch schon. Es ist voll gut, jetzt in der Kamera. Es ist gut, jetzt in der Kamera. Hey, over there, was your name, are you for real, it's just a game? Es ist DVD, oder? Ja. Da kann ich sie alltid exportieren. Du kann auch auf Letta gucken. Egal, ein Geschenk von Gaul, das ist ja das Problem, das hält ja nicht an der Wand. Als ich geholt habe, die haben so schöne Tapeten in T-Docs, haben wir es in den Raum. So, ganz schnell nochmal Gassi. Übrigens hatte ich das gar nicht gesagt, zumindest auf YouTube, auf Instagram schon. Wir haben einen zweiten Boxerhund, einen Welpen, der heißt Hector. Das heißt, wir haben jetzt zwei Hunde, ein Mädchen und ein Jungen. Das ist nicht toll. Das ist toll. Nadine hat meine Hunde gerade rausgelassen. Das ist Hector. Und Luna übertreibt ihre Rolle. Sie geht einfach aufs Bett. Obwohl sie das nicht darf. Und sie legt schon einfach hin. Guck mal, wie die sich aufs Bett schmeißt. Oh, mein kleiner Junge. Hector ist übrigens zwölf Wochen alt. Nur 13 jetzt. 13 Wochen. 13 Wochen ist mein kleiner Bubu. Mein kleiner Bubu. Ja, mein Baby. Komm, zieh mal das Ding aus. Die Luna verabschiedet sich grad wieder. Guck mal, was Daddy macht. Wie sieht mir das aus? Das blöde Ding. Oh. Mit einer Hand ein bisschen blöd. Oh, mein Baby. Kuschelala. 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 Kriegt jetzt nochmal Essen. Hätt' du Hunger? Hätt' du Hunger? Hätt' du Hunger? Oh, mein Junge. Mein kleines Baby. Der ist so riesig geworden. Der war so klein, als wir ihn geholt haben. War der ganz klein. Ich bin ja gebachsen. Oh, mein Baby. Oh, mein Baby. Mein kleines Baby. Oh, mein kleines Baby. Der andere war immer zu viel gemütlich. Schnuli. Luli. Hallo, mein Moinchen. Ihr müsst mal sehen. Ihr werdet das demnächst sehen. Äh, in Vlogs. Wenn die zwei kuscheln. Das ist so süß. Die kuscheln jeden Tag zusammen. So. Das reicht jetzt, ne? Also hier ist noch übelstes Chaos. Ich hab' gar keine Lust. Kennt ihr das? Wenn ihr gar keine Lust habt, euch abzuschminken oder duschen zu gehen. Aber ihr unbedingt müsst, weil ihr wisst, so viel tut euch nicht wohl. So fühle ich mich gerade. Denn ich nackert gerade, weil ich heute nichts gemacht habe. Und man sagt, oh, hier sieht's aus wie bei den Flauters. Hello. Liegen jetzt im Bett. Beziehungsweise sitzen im Bett, denn wir essen Hadrian Sandwich. Mal gucken. The Walking Dead. Diese Pommes sind so lecker, Leute. Oh mein Gott. Geil. Okay. Wir sehen uns morgen. Tschüss. 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 Tschüss.